Ich bin sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig und wenn das dann aufgeht, umso schöner. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der was hart trainiert. Martin Sieverer kocht auf, ich gehe jetzt mit der höchsten Dichte der Gourmet-Restaurants nach Wien und das ist natürlich eine Kernkompetenz, die wir heute auch hier im Trolberg zeigen möchten.